Alles klar, wie geht es dir? Ich bin Alex und heute zeige ich Ihnen eine Software, mit der ich Videos erstelle. Das ist so einfach und so. Einfach. Jeder kann Videos machen und ich benutze die Software jeden Tag, wenn ich drei oder vier verschiedene YouTube-Kanäle habe und auf zwei davon. Ich bin nicht vor der Kamera. Ich weiß, dass viele Leute nicht gerne vor der Kamera stehen und ich auch zuerst nicht. Also benutze ich diese Software namens Vietnam E. Um Videos für zwei meiner Kanäle auf YouTube zu machen, wo ich nicht vor der Kamera bin und ich werde dir nur zeigen, wie es jetzt geht. Wir machen nur ein kurzes Tutorial. Um Ihnen zu zeigen, wie einfach und unkompliziert dies ist. Hier bin ich also in meinem Vietnam E-Konto angemeldet und benutze es, wie ich schon sagte, jeden Tag. Sie können sehen, dass ich all diese Videos gemacht habe, wahrscheinlich hunderte von Ihnen. Hier ist alles, was Sie tun müssen, sich in Ihr Konto einloggen und ein neues Video erstellen. Dann haben Sie alle diese Möglichkeiten von Wenn Sie Ihr Video mit erstellen, handelt es sich um ein Inhaltsvideo. Sie können eine dieser Vorlagen verwenden, um Ihr Video zu erstellen. Es gibt einen Influencer-Video-Bereich. Noch einmal alle. Diese verschiedenen Vorlagen sind eine Sofortanzeige, wenn Sie eine Anzeige für Facebook, Instagram, Pinterest oder was auch immer erstellen müssen. Wieder alle Arten von Vorlagen, Verkauf Videos, Medizin, Buchhaltung, Recht, Sanitär, Digitales Marketing, Hochzeit, alle Arten von verschiedenen Vorlagen für diesen Kurs- und Schulungsvideos. Wenn dein Lehrer oder was auch immer. Sie können alles online unterrichten. Wenn Sie diese Vorlagen hier verwenden, sehen Sie hier das Eigenschaftsvideo. Ich habe mir diesen noch nie angesehen. Ich denke, dass Ist für Makler oder was auch immer und Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen, nachdem Sie entschieden haben, was Sie wollen, ich habe meine eigenen erstellt. Also werde ich diese Vorlage verwenden. Punkt. Lassen Sie uns jetzt einfach ein Video machen. Und Sie werden sehen, wie einfach das ist. Erste einfach kopieren und einfügen. Oder Sie können Ihren Titel in den Titel eingeben. Und Ich werde einige Inhalte kopieren und einfügen. Fügen Sie es einfach in Ihren Skriptbereich ein. Sie können es auch eingeben und auf Szenen erstellen klicken. Also jetzt. Die Software erstellt Szenen für Sie und los geht's. Jetzt sind Sie fertig. Sie haben all diese Szenen für Sie erstellt und wir werden sie durchgehen und Sie wissen, Sie mögen sie vielleicht. Sie mögen es nicht. Hier ist also dein heutiges Skript. Ich werde Ihnen zeigen, wie einfach es ist, ein Video zu erstellen. Weißt du, Leute, die dort einer. Sie müssen lediglich ihr Skript eingeben oder einfügen und einen Videoinhalt erstellen. Große Schachtel. Ich werde nur zeigen, dass du es bist. Sie können nach verschiedenen Clips suchen. Nehmen wir an, ich möchte. Habe nur etwas Szenisches im Hintergrund. Also habe ich einfach darauf geklickt. Los geht's. Sie sehen. Es schafft nur einen Senior. Okay? Und das können Sie mit Videoclips oder Bildern tun. Punkt genau hier. Wenn Sie auf Bilder klicken, können Sie einfach ein Bild anstelle eines Clips verwenden. Alles klar. Anschließend erstellt die Software Szenen für Sie, die Sie bearbeiten können. Entschuldigen Sie mich. Alles klar. Wir werden das verlassen. Einer. Wählen Sie Ihre Szenen. Entweder Videoclips oder Bilder. Okay, lass uns einen anderen versuchen. Lass uns mit Sky gehen. Und Sie können hier jedes gewünschte Wort verwenden, um alles zu erhalten. Du magst. Und los geht's. Du hast verschiedene Arten von Himmel. Ehm, lass uns ihm, lass es uns mit einem anderen versuchen. Lass uns mit Leuten gehen. Okay? Es gibt einige Leute, die wirklich schnelle Leute sind. Punkt hier sind einige andere Leute. Okay. Wie auch immer, Sie haben die Idee, nehmen Ihre Stimme auf, verwenden Ihre Stimme und fügen Ihre Musik hinzu, zeigen eine Vorschau Ihres Videos an, generieren Ihr Video und laden es herunter. Es. Und wieder können Sie hier jede gewünschte Szene einfügen. Das ist es. Genial. Recht? In Ordnung, fügen wir unserem Video eine Sprachspur hinzu. Sie können also keine Stimme haben. Spur überhaupt. Nur Musik. Sie können eine Auto-Auto-Stimme verwenden, die mehrere verschiedene Stimmen hat. Ihr mal sehen. Sie haben 123456 von Ihnen. Punkt USA. Vier Zimmer aus Großbritannien, vier davon aus Australien. Wählen wir einfach eine aus, damit Sie hören können, wie Sie klingen. Hallo, mein Name ist Eva und ich würde. Ich liebe es, das Skript für dein Video zu lesen. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und ich werde die ganze harte Arbeit für Sie erledigen. Da ist Eva mit australischem Akzent. Hallo. Mein Name ist Luca und ich würde gerne das Drehbuch für dein Video lesen. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Und ich werde die ganze harte Arbeit für dich erledigen. Nicht schlecht für eine Computer, wenn Sie nicht gerne Ihre eigenen aufnehmen. Hallo, mein Name ist Harry und ich würde gerne das Drehbuch für dein Video lesen. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und wir werden alles tun. Arbeit für dich. Okay, da können Sie die Autostimme verwenden. Sie können eine bereits erstellte Sprachspur hochladen. Sie lassen es einfach einfach in oder fallen. Laden Sie Ihre Datei hoch. Ich nehme gerne meine eigenen auf. Also nimm deine eigene Sprachspur auf. Auf geht's. Wir machen das jetzt gleich. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist. Ein Video machen. Sie müssen lediglich Ihr Skript eingeben oder in das Feld für den kreativen Videoinhalt einfügen. Und wenn Sie fertig sind, drücken Sie, um anzuhalten. Wenn Ihnen der Klang nicht gefällt, können Sie dies tun. Es wieder. Alles, was Sie tun, ist, Ihr Skript einzugeben oder in das Feld einzufügen, ein Videoinhaltsfit zu erstellen und es hier abzuspielen, um es zu hören. Alles, was Sie tun, ist, Ihr Skript einzugeben oder einzufügen. Erstellen Sie in das Feld Videoinhalt. Wenn es dir nicht gefällt, drücke den roten Knopf und mache es erneut. Wenn es Ihnen gefällt, klicken Sie auf Weiter und fahren Sie mit dem nächsten fort. Einen Rekord brechen. Done. Die Software erstellt Szenen für Sie, die Sie bearbeiten können. Wählen Sie beim nächsten Mal Ihre Szenen aus. Entweder Videoclips oder Bilder. Nimm deine Ops auf. Ich muss eine Minute warten. Nehmen Sie ihre auf. Stimme, benutze Ihre Stimme und füge deine Musik hinzu, zeige eine Vorschau deines Videos, generiere dein Video und lade es herunter. Das war es, großartig. Recht? Das ist es. Lassen Sie uns nun eine Vorschau unseres Videos anzeigen. Punkt. Es geht darum, unser Video zu erstellen, gesehene Timings zu erstellen und unsere Vorschau zu erstellen. Boom. Na, bitte. Es wurde zu unserem Video gemacht, sodass wir jetzt Musik hinzufügen können. Wenn Sie, wenn Sie keine Musik wollen. Sag einfach keine. Genau hier, keine. Keine Musik. All diese Reifen. Sie haben hier all diese verschiedenen Arten von Musik, die Sie als Musik verwenden können. Hintergrund in Ihr Video. Alles klar, gut. Lass uns damit anfangen. Einer. Aber Sie können sehen, dass Sie alle Arten haben, Sie können nach Genre auswählen, alle verschiedenen Genres sowieso. Sie bekommen die Idee, viel Musik sie kann einfach auf den Hintergrund setzen, also mal sehen, wie das aussieht. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, ein Video zu erstellen. Sie müssen lediglich Ihr Skript eingeben. Erstellen Sie in das Feld Videoinhalt. Dann erstellt die Software Szenen für Sie, die Sie bearbeiten können. Wählen Sie Ihre Szenen aus, entweder Videoclips oder Bilder. Warte eine Minute. Nehmen Sie Ihre Stimme auf, verwenden Sie Ihre Stimme und fügen Sie Ihre Musik hinzu. Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Videos an und generieren Sie ihr Video. Und laden Sie es herunter. Das ist es. Genial. Recht. Und los geht's. Das ist dein Video. Also, wenn es dir gefällt, kannst du es auch. Kann das Timing von etwas manuell anpassen. Aber wenn es dir einfach gefällt, sieht es gut aus, mach weiter. Ehm, für einige der Bilder, die Ihr Video verwenden, müssen Sie den Ersteller des Bildes bestätigen. Hin und wieder taucht dies sehr, sehr selten auf. Wenn er jedoch wie sie auf YouTube gepostet hat, kopieren Sie diese Nachricht und fügen Sie sie in die Beschreibung ein. Kredit geben. Die Bilder oder Videoclips, die Sie verwendet haben und es geht Ihnen gut. Okay. Also werde ich jetzt auf Video generieren klicken. Es beginnt mit der Erzeugung des Videos. Punkt. Dies ist der Schritt, der tatsächlich ein paar Minuten dauert, also werde ich ihn anhalten und wir werden zurück sein. Okay, wir sind zurück. Es geht nur darum, dass es einen Fortschritt zeigt. War hier. Dies hat ungefähr zwei Minuten gedauert. Und im Jahr, wir werden nur 94% abwarten. Ich wollte dir am Ende zeigen, wie es aussieht, während deine Videos sind. In der Cloud gespeichert. Fast da ist fast ein Video fertig. Na, bitte. Laden Sie also Ihr Video herunter. Jetzt müssen Sie nur noch auf klicken und Ihr Video herunterladen. Und speichern Sie es irgendwo auf Ihrem Computer und das war's. Du hast ein eigenes Video erstellt, selten bis zu YouTube oder wo immer du es verwenden willst. Ehm, wir haben dieses Video fast schon aufgenommen. 12 Minuten, also habe ich gerade gezeigt, dass Sie in 10 Minuten ein Video erstellen können. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um mit Vietnam mit zu beginnen.